Hi Kinder, wir sind wieder da bei einer neuen Folge CSGO Matchmaking Schon wieder auf Mirage Ja, ihr habt zerfasst Mirage Kaffeekännchen bist du da? Was laberst du? Ich hab gefragt ob Kaffeekännchen da ist Aha Hi Ich bin das Ich weiß Ich wär schlafen Beastap Hl-hl-hl-hl-hl-hl-hl-hl Knief Jo, wie kommen die alle auf einmal raus? Sollen schön nacheinander rausspringen so wie es sich gehört Haben wir die Runde doch noch geholt, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet Ja, ich war voll überfordert, dass die alle auf einmal schausgesprungen sind. Bomb ist Dropped, Connector. Bomb ist Connector. Dschungel ist einer, das ist Jungle. Das ist Jungle. Ash, Connector, Jungle, irgendwo. Jungle. Ja, so kann es weitergehen. Ja, ich habe jetzt den letzten gekillt. Und trotzdem kein MVP gekriegt. Schiss. Zwei Kills gemacht. Das macht nichts. Jetzt wird wieder einer. So, so, so. Ja, wie konnten die euch so überrollen? Ah, der hat eine Scout, der wie Xh1, der Connector, halb HP. Ja, ich sape. fellow Klamour 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 Klamour. Drei Luch. Jetzt hast du so viele gekillt. Jetzt hätt's fast noch versuchen können, wenn die Zeit nicht zu knapp wär. Ja, egal. Natürlich kommt er von oben, ich hab's mir noch gedacht und dann hat es sich plötzlich so auf dem rechten Ohr angehört, als ob sie von unten kommen. Mitte, Aave, Halb-HP. Underfest. War aber mein Fail, ich hätte den in der Mitte so safe. Ich hätte beide haben müssen, bitte. Warte. Nicht mit dem Orp-Player. Klein-Biss-D-Track. Schubert. Biss-D-Track. 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 Short ist was? Zwei auf Short Ja, ich triff ihn einfach nicht, der ist half-hedge-fee Du hast mindestens 1 AK-Shot liegen Du hast den Pistole und spielst In der Skitch Nein Nein Schade Jetzt läuft es wenig Versuch dein Loch Ich weiß nicht, Leute, korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber finde ich das nur, dass die Leute zum Teil einfach behindert dumm spielen, oder? Der wird mit dem Flucht ab . Der ist mit dem Flucht ab. Der ist mit dem Flucht ab. Der ist mit dem Flucht ab. Wie kann diese Missgeburt mich sehen? Der ist B, der ist B. SK, K. Ein bisschen tiefer. Nee, nimm die Auftrag, muss bischen. Du hast nie einen Kit, wenn du eins brauchst. Ich frag mich, wo der war, weil ich bin ja nicht mehr verletzt. Ich bin hier gegangen, ich hab den Piat getötet und dann kam der von hinten irgendwie, also der muss irgendwo, keine Ahnung, gerade aus dem Fenster rausgefunkt sein, ich hab's überhaupt nicht gehört. Letzte Runde, gell? Ja. Ja, aber trotzdem haben wir schon ziemlich viel verschenkt. Ja, wir haben natürlich schon viel verschenkt. Hey, in Palace sind zwei Stück und ich werd schon wieder geprefired durch die Wand. Ich hab noch nicht mal einen gesehen und kassier schon. Oh man. aber wieder mal auf der letzte drücker na ja wenigstens hat er noch eine runde geholt ja hast du gut gemacht kann man schon sagen ja das sind dann die runden wo man verschenkt man denkt halt hey purple man denkt halt so weiß ja ja toll leute ernsthaft so viel zeit ja wer hat die bombe naja ich bin michael ja doch michael ist scheiner michael zu market kaum zu fassen er hat es geholt hey ich bin doch dumm wie brot sie stehen beide da und ich krieg sie nicht da auch aus aber weiß auch wieder der eine durch den smoke einfach durchgeschossen und kill zwei von uns es kann doch nicht sein dass ich so behindert spielen um immer zu sterben und letzter zu sein der nimmt es hätte mich nicht gewundert wenn er noch die aber nimmt und das kommt davon wenn man messern will oder zeusen ist das gleiche in dem fall das schreibt man mit f du fotze seit wann schreibt man fotze mit f immer rein mit v nein natürlich jetzt in der zeit auch nicht aber er macht halt auch nichts er hockt halt einfach da in der ecke und ich glaube ich habe auch nicht mehr ich komme mit b laus dass die armen machen gegen b die gebraucht Put in the bar. Queen go ahead. Es wird aufgerufen werden. Okay. Die sind einfach aufgerufen. Die sind weggekehrt. Ich muss ja gehen drauf. Noch eines. Noch eines. Ja klar. Du Kitschen. Ich hab noch Kitschen. Bei mir. Was? Last is Palace, äh Apps. Der ist ein Orton Kitschen, by the way. Ich hab zwei Kills gemacht und geplantet. Und du kriegst ein... MVP. Das verstehe ich als auch nicht, wie die verteilt werden. Du hast jetzt mit einer A getroffen. Ich hab nur links. Rund hier mal Richtung A zurück. Mal drum. Achso nein, ist er las. Geh ruhig über T spawn, safe durch. Und du willst gar nicht auch vorgehen. Ich hab nicht gesehen. Ich hab einen Schraub, einen Schraub. Ich hab einen Schraub, nicht gesehen. Was für eine Achse? 1 vs 2 1 vs 2 Ich hab Der Maid Hurt City Im Sprung gehen wir auf die Werte Jungle Last Face nicht Last Du machst sonst 1 on 1 Stairs Jump Fokus auf den Maid Stairs Nimm einen Arm Äh, Ander Natürlich erwische ich ihn nicht War ja klar, ich hab damit gerechnet, dass er kommt Und krieg ihn nicht, weil ich dumm bin wie Brot Wirklich? Er ist in meine Molo reingesprungen Warum ist die denn raus? Weil der andere in ihre Molo rein ist Wegen Team Schaden Mit Absicht Warum springt der Anderpest runter? Das war mit Absicht War das sie jetzt wegen Team Schaden rausgeflogen? Ja, weil sie vorher einmal zurückgeballert hat 2 Mal 2 Mal Das ist das was ich meine, hört doch auf Team Schaden zu machen Lass die einfach machen du Pott Welcher war das? Der Purple, gell? Ärgerlich 2 Mal 2 Mal 2 Mal